Rated A for Awesome. Grand Theft Awesome 4. Drauf geschiss, nicht hol mir ein Taxi. Was? Nein! Oh, Hölle, ich möchte das Auto nicht stehlen. Dieses verdammte Dreckspiel macht nie das, was ich möchte. Hol mich hier raus. Oh mein Gott, ich muss springen. Na, verdammte Physics Engine. Sieh mal an eine fliegende Ratte. Das ist dafür, dass du mir immer auf den Kopf geschissen hast. Was geht jetzt? Legen Sie sich auf den Boden, Sir. Ihr kriegt mich niemals, ich hab Cheats. Schnell, erschieß den Noob. Was? Du verpickter Penner. Nochmal, mal sehen. Ihr Penner bekommt mich niemals. Hey Nico, lass uns ballen gehen. Zum letzten Mal, Roman, ich geh nicht mit dir zum verfickten Bowling. Okay, vielleicht ein andermal. Verfick, verdammte Scheiße, Baby! Hey, ich lebe! Verdammte Scheiße! Amerika ist für'n Arsch. Gib mir einfach ein Bike, damit ich nach Hause kann. Da oben bringst du mir gar nicht, du Scheißteil! Drecksmotorrad! Scheiße! Meine Kröten! Oh, ich sterbe gleich! Ein Hotdog-Stand, geben Sie mir bitte eine! Triss mich von der Straße! Ich hasse dieses Land! Und dann kommt die Polizei aus dem Nichts und brezelt dir deinen verfickten Schädel weg! Und dafür hab ich 50 Dollar bezahlt? ARD Text im Auftrag von Funk